Alex war in seiner Stadt als Spezialist für die Rehabilitation von Hunden mit herausforderndem Verhalten bekannt, insbesondere von deutschen Schäferhunden. Mit 15 Jahren Erfahrung als Ausbilder von Polizeihunden und weiteren 10 Jahren Arbeit mit aggressiven und traumatisierten Tieren war er zu einer Referenz auf diesem Gebiet geworden. Eines Tages, während er die Eingewöhnung eines deutschen Schäferhunds in eine neue Familie abschloss, erhielt Alex einen dringenden Anruf vom örtlichen Tierschutzdienst. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang besorgt, sie brauchten seine Hilfe bei einem Hund, der fast sein ganzes Leben an Ketten gebunden verbracht hatte. Die Geschichte war traurig, aber nicht ungewöhnlich. Ein Hund namens Gray lebte in einem Hof, angekettet an ein kleines Hundehäuschen mit einer schweren Metallkette. Da sein Auto in der Werkstatt war, wurde Alex von einem Tierarzt einer Tierschutzorganisation abgeholt. Während der Fahrt sprachen sie über den Fall, und trotz Alex, Erfahrung schien die Situation beängstigend. Der Hund hatte nicht nur Angst vor Menschen, er war praktisch zu einem wilden Tier geworden, das auf jeden Annäherungsversuch extrem aggressiv reagierte. Als sie vor Ort ankamen, stellte Alex fest, dass die Lage noch schlimmer war, als berichtet worden war. Gray begann sofort heftig zu bellen, sobald er Menschen sah. Selbst Alex, der an schwierige Situationen gewöhnt war, war für einen Moment wie erstarrt. Der Hund stürzte sich gegen die Kette, knurrte und fletschte die Zähne, bereit, jeden anzugreifen, der sich näherte. Aus sicherer Entfernung erklärte der Besitzer die Situation. Er lässt seit über einem Jahr niemanden mehr an sich heran. Ich kann ihm nur Futter hinstellen und mich schnell entfernen. Einmal habe ich versucht, ihn zu streicheln, und er hätte mir beinahe die Hand abgebissen. Das letzte Mal, als ich die Kette wechseln musste, habe ich ihm Beruhigungsmittel ins Futter gemischt, weil es unmöglich war, sich ihm zu nähern, Alex beobachtete den Hund aufmerksam und holte ein Stück gekochtes Fleisch aus seiner Tasche, eine Technik, die er oft bei aggressiven Hunden anwendete. Gray ignorierte das angebotene Fleisch vollständig und blieb in seiner aggressiven Haltung mit unaufhörlichem Bellen und Knurren. Erst als sich alle in eine größere Entfernung zurückzogen, schnappte sich der Hund schnell das Fleischstück, ohne die Eindringlinge aus den Augen zu lassen. Alex versuchte verschiedene Ansätze, um mit dem Tier zu sprechen. Von festen Kommandos bis zu einem sanften, beruhigenden Ton. Doch jeder Versuch führte zur gleichen Reaktion, lautes, explosives Bellen. Dann fiel Alex etwas auf. Immer wenn er in einem ruhigen, leisen Ton sprach, bewegten sich Grays Ohren leicht, als ob der Hund versuchte, seine Worte zu verstehen. Alex, Kleidung, die mit dem Geruch anderer Hunde aus dem Tierheim getränkt war, erregte kurzzeitig die Aufmerksamkeit des Tieres. Gray unterbrach sein Bellen für einen Moment, um die Luft zu schnuppern, brach dann jedoch in noch intensivere Wut aus. Jeder Schritt, den Alex in Richtung des Hundes machte, wurde mit einer heftigen Reaktion beantwortet. Gray warf sich mit solcher Kraft gegen die Kette, dass es schien, als würde sie reißen oder er sich selbst verletzen. Alex beschloss, die Strategie zu ändern, und trat langsam zurück, während er vorgab, sich für etwas anderes im Hof zu interessieren. Das Bellen hörte für einen Moment auf und wurde durch ein tiefes, langes Knurren ersetzt. Etwas an diesem Schweigen fühlte sich anders an, fast so, als wäre der Hund neugierig. In der nächsten Stunde probierte Alex geduldig einen neuen Ansatz aus. Er bewegte sich langsam und machte kleine Schritte, unterbrochen von langen Pausen, damit sich Gray an die neue Nähe gewöhnen konnte. Das konstante Bellen ließ nach, doch das Knurren blieb. Immer wenn Alex seine Hand in Richtung des Hundes bewegte, kehrte die aggressive Reaktion zurück. Doch er bemerkte, dass langsame und vorsichtige Bewegungen, bei denen die Hand tief gehalten wurde, weniger Spannung beim Tier auslösten. Für einen kurzen Moment schienen Grays Augen einen Funken Neugier zu zeigen, trotz der noch immer dominierenden Angst und Wut. Selbst mit all seiner Erfahrung begann Alex sich zu fragen, ob das Trauma des Hundes so tief saß, dass Euthanasie die einzige Lösung sein könnte. Aber für jemanden, der sein Leben der Rettung von Hunden gewidmet hatte, war dieser Gedanke unerträglich. Entschlossen, es noch einmal zu versuchen, bat Alex alle, sich so weit wie möglich zurückzuziehen. Dann setzte er sich ruhig auf den Boden, ein paar Meter von Gräshütte entfernt, und wartete. Die Zeit verging langsam, und die Sonne begann, am Horizont zu verschwinden, den Himmel in orangefarbene Töne zu tauchen, während Alex regungslos verharrte und auf die nächste Reaktion des Hundes wartete. Grays knurrte weiter, doch etwas in seinem Ton schien anders, eine Mischung aus Zweifel und Neugier. Was wollte diese Person? Warum ging sie nicht weg? Warum versuchte sie nicht, sich aufzudrängen? Mehr als anderthalb Stunden vergingen, und die Dämmerung begann bereits, die Umgebung zu übernehmen. Dann geschah etwas Unerwartetes, das Knurren hörte auf. Obwohl Grays Alex weiterhin aufmerksam beobachtete, wirkte er weniger angespannt. Sein Schwanz, der zuvor fest unter seinem Körper eingeklemmt war, begann sich leicht zu entspannen. Selbst mit immer noch zurückgezogenen Lippen, die die Zähne zeigten, deutete Grays Haltung darauf hin, dass seine defensive Haltung nachließ. Grays Alex, mit äußerster Vorsicht, benutzte einen speziellen Stab, der für den Umgang mit aggressiven Hunden entwickelt wurde. Die Spannung in der Luft war greifbar, jede unvorsichtige Bewegung hätte eine weitere aggressive Reaktion auslösen können. Zu aller Überraschung ließ Gray zu, dass Alex nah genug herankam, um die schwere Kette zu entfernen, die ihn festhielt. Obwohl er so steif wie eine gespannte Feder war, versuchte der Hund nicht zu beißen oder anzugreifen. In dem Moment, als die Kette endlich zu Boden fiel, schien es, als sei etwas Unsichtbares in Gray befreit worden. Er blieb für einen Moment regungslos, bevor er einen zögerlichen Schritt nach vorne machte und zum ersten Mal seit Jahren Freiheit erlebte. Als Gray zum Lieferwagen der Tierschutzorganisation geführt wurde, überraschte er alle. Er lief ohne Widerstand, ohne zu versuchen, zu entkommen oder anzugreifen. Statt ihn direkt ins Tierheim zu bringen, entschied Alex, ein paar Stunden mehr mit dem Hund zu verbringen. In dieser Zeit begann etwas Außergewöhnliches zu geschehen. Ohne das Gewicht der Kette begann sich Gray vor Alex, Augen zu verändern. Zunächst waren die Veränderungen kaum wahrnehmbar. Seine Haltung begann sich zu entspannen und sein verhärteter Ausdruck wurde weicher. Dann schnüffelte er zum ersten Mal an Alex' ausgestreckte Hand, nicht als Drohung, sondern aus Neugier. In diesem Moment machte sein Schwanz, noch niedrig, eine kleine und schüchterne Bewegung der Freude. In dieser Nacht erlaubte Gray Alex, in seiner Nähe zu bleiben. Und zu aller Erstaunen suchte der Hund nur wenige Stunden später selbst die Nähe und Zuneigung. Seine Steifheit wurde durch sanfte und fließende Bewegungen ersetzt, fast elegant. Seine Schultern entspannten sich, und sein Schwanz hob sich mit jedem Moment ein wenig mehr. Am nächsten Tag schien Gray ein völlig anderer Hund zu sein. Seine Ruhe, Offenheit und der Wunsch nach menschlicher Interaktion standen in starkem Kontrast zu seinem früheren aggressiven Verhalten. Als Alex Fotos an den Tierschutzdienst schickte, glaubte niemand, dass es sich um dasselbe Tier handelte. Die Bilder zeigten Gray, wie er ruhig neben einer Person lag und Streicheleinheiten mit einem gelassenen Blick akzeptierte. Wut und Angst waren verschwunden, ersetzt durch einen Ausdruck von Frieden und Vertrauen. Diese unglaubliche Verwandlung war nicht das Ergebnis fortschrittlicher Techniken oder Medikamente. Es war allein Geduld, Zeit und Alex, Bereitschaft, auf das zu hören, was Gray brauchte. Was denkst du über diese Geschichte? Gib uns dein Gefällt mir und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.